Herzlich willkommen hier bei der Firma Skoll am Blecherhof. Ich zeige euch heute in einer kurzen Gegenüberstellung, wie genau die Cisco Microsoft Teams Interoperabilität funktioniert. Seit Anfang August ist es möglich, direkt mit Cisco Video Endpunkten in einen Microsoft Teams Skoll hineinzurufen. Dafür gibt es zwei verschiedene Modelle. Das eine ist kostenfrei, das andere ist zahlungspflichtig und genau das zeige ich euch heute live. Das, was ihr im Hintergrund seht, ist unser Webexport 85, aktuell mit einer Buchung, Demos, Cisco, Microsoft Teams. Hast ihr nicht gesehen? Das ist die Art und Weise, wie wir heute Videokonferenzen buchen. Das heißt, wir gehen heute hin und gehen in den Outlook-Kalender und buchen einen Termin, wie man es halt so macht, buchen bei Ort at Webex und nehmen unser Videosystem als Teilnehmer dazu. Dadurch wird das Videosystem circa fünf Minuten vor dem Call wach, zeigt den Titel der Buchung und die eine grüne Taste, mit der ich entsprechend einen Call beginne. Funktion von Cisco heißt One Button to Push. Das war eine coole Nummer für unsere Nutzer, weil das genau das, was sie wollen. Du kommst in den Raum, du siehst, yeah, das ist mein Raum und du findest nur noch eine grüne Taste und mit der geht es los. Besser kann es nicht laufen. Das kurz vorweg geschickt, weil das ist klassisch buchen in Cisco. Jetzt sprechen wir heute über MS Interop. Das heißt also, wie kann unser Cisco Videosystem als eines der besten Raumsysteme auf dem Markt in ein Microsoft Teams-Code hineinwählen? Wie können wir die Systeme, die wir eh schon für Videokommunikation intern vielleicht nutzen, Raum zu Raum, wie können wir die auch dafür nutzen, an einer Team-Session teilzunehmen, die uns ein Externer schickt? Und da wäre es natürlich schön, wenn das für die Nutzer identisch funktioniert. Und das kann ich vorweg nehmen. Das sieht für die Nutzer genau so aus. Okay, ich gehe aus diesem Cisco Call nochmal raus und wir starten genau mit dem, mit dem eigentlich jedes Meeting auch startet. Das heißt, mit der Buchung. So, in meinem Fall ist es halt ein MacBook, aber von der Bedienung her, Outlook sieht ja grundsätzlich überall sehr ähnlich aus. Ich starte also in meinem Kalender mit einem neuen Besprechung, nehme auch hier mein Raumsystem wieder mit dazu, bei uns die Stehbench, die ganz normal im Outlook als Teilnehmer hinterlegt ist. Nehme noch ein zweites System mit dabei, damit wir gleich noch Gegenstellen haben. Betreff, Demo, MS, Teams, Hinterop. Okay, und mache aus dem Ganzen über den Button Teams-Besprechung ein Microsoft Teams-Meeting. Also das Gleiche im Prinzip wie einen ganz normalen Kalendereintrag. So, dann machen wir mal, damit wir das hier gleich sehen können. Das war's. Teilnehmer eingeladen, könnte natürlich auch eine echte Person sein. Titel eingetragen, die Orte hat er automatisch hinzugefügt, weil meine Teilnehmer als Ressourcen im Outlook hinterlegt sind. Und mit dem Button Teams-Besprechung gebucht. Feuer frei. Okay, das was jetzt passiert, ist, dass in beiden Konstrukten, das heißt sowohl in dem Konstrukt WebRTC, dem kostenfreien Konstrukt, als auch in dem Konstrukt CVI, geht der Buchungsprozess nun über den Exchange an das Cisco Video System. Und auf dem Cisco Video System wird dann der Termin genauso wieder auftauchen, wie wir das vorhin schon hatten. Das heißt, das, was ich versprochen habe, für den Nutzer, der jetzt in den Raum kommt, sieht das genauso aus. Mein System geht an, mein System zeigt den Titel des Meetings. Eine grüne Taste, Feuer frei. Der Unterschied ist, jetzt rufen wir in eine Microsoft Teams Session. Und wenn ich dementsprechend beitrete, und das gleiche jetzt mal, ich muss hier eine Minute, das gleiche jetzt an meinem MacBook direkt über Microsoft Teams entsprechend machen, als zweiten Teilnehmer, auch hier kurz Mute. Dann sieht man zum einen den Robin, der neben mir steht und mir zur Hand geht. Zum zweiten sieht man, der Call steht. Wir haben jetzt einen Videoanruf am Videosystem über nur eine Taste zwischen einem Microsoft Teams Client und unserem Cisco Videosystem. Relativ einfach. Die Funktion heißt bei Cisco MS Interoperabilität. Ich hatte es vorhin gesagt, die gibt es in zwei Versionen. Einmal WebRTC. WebRTC ist eine kostenfreie Funktion. Jeder Cisco Video Endpunkt ab der Room und ab der Board Serie, also drei Jahre, drei bis vier Jahre, ist in der Lage, das zu machen. Das sind all die Cisco Endpunkte, die eine eigene WebEngine haben. Das ist Cisco Room Kids, Cisco Room 5570, das ist die WebExports, das ist die Desk Pro als Chefzimmersystem oder als System für Huddle Spaces und das ist sogar die Cisco Panorama. Diese Systeme können an jedem Microsoft Teams Talent teilnehmen. Ich bekomme eine Microsoft Teams Einladung von extern, ich nehme meinen Raum in den Termin mit dazu, das System nimmt teil, wie gerade gesehen. Die andere Funktion, die es gibt, ist das CVI. Das CVI ist ein echtes Gateway, ein Cloud Gateway zwischen der Cisco Welt und der Microsoft Teams Welt. Das CVI im Gegensatz zu WebRTC kostet Geld, das ist eine monatliche Subscription. Was der Unterschied, warum gehe, sollte ich für CVI Geld ausgeben, wenn noch die WebRTC-Funktion kostenfrei ist? Bei WebRTC nutzt das Cisco System die Möglichkeit, sich einzuwählen, ähnlich oder ziemlich genau so, wie es ein Android-Tablet macht, über den Chrome-Browser als Gast in eine Microsoft Teams Session. Heißt runtergebrochen, der leichteste und einfachste Weg, irgendwie an einer Microsoft Session teilzunehmen, ohne großartig was runterzuladen, mit den entsprechenden Limitierungen. Nur ein Monitor, keine Ansicht der Teilnehmer irgendwo großartig. Und was ein ganz wichtiger Punkt sein kann, in WebRTC kann das Cisco-Videosystem PC-Daten empfangen, es kann aber nicht selber PC-Daten senden. Nicht wie sonst, Inhalte freigeben, Feuer frei, Laptop über HDMI-Kabel dran. Das macht er nicht in WebRTC. Relativ einfach, wählt euch parallel mit dem Rechner ein, wo ihr Teams drauf habt und teilt halt direkt über den Rechner. Dann ist man noch ein bisschen freier von der Verteilung im Raum und man ist nicht von dem HDMI-Kabel abhängig, aber das macht WebRTC nicht. Daten empfangen, kein Problem. Daten senden, macht er nicht. CVI. CVI funktioniert nur mit einem spezifischen Tenant. Das heißt, Michael Skoll, von der Format Skoll, lädt in einem Microsoft-Team-Session auf dem Skoll-Tenant ein. Dann geht das mit meinem System. Werde ich von extern eingeladen, fällt es wieder zurück auf WebRTC. Bei CVI kann ich mehrere Monitore nutzen. Das machen wir gleich mal. Wir sehen uns das an. Bei CVI kann ich PC-Daten senden. Ganz entscheidender Vorteil, bei CVI haben die Cisco-Systeme unter sich, stellt euch vor, ihr habt mehrere Standorte. An jedem Standort habt ihr ein Cisco-System. Und zusätzlich habt ihr nochmal zehn Teilnehmer per Microsoft Teams. Die Cisco-Systeme machen unter sich in CVI die gewohnt hohe Cisco-Qualität. Und erst im Übergang zu Microsoft Teams kommt dann entsprechend der Bruch. Und ganz ehrlich, ihr seht das auf dem Board. Ein Microsoft Teams-Call auf einem 85-Zoll-Board sieht schon fies aus. Aber das ist die Qualität, die halt in Teams drin ist. Deswegen kann CVI dort eine echte Lösung sein. Noch ein ganz wichtiger Unterschied, ganz kurz, bevor wir in den Panorama-Raum gehen. Was brauche ich, um WebRTC zu machen? Wir haben gesagt, Room-Serie, Board-Serie, Serie, des Pro-Panorama. Das Ding muss Cloud-registriert sein. Das geht nicht on-premise. Es muss für WebRTC Cloud-registriert sein. Und erst dann kann ich die kostenfreie Funktion nutzen. CVI funktioniert auch mit Systemen, die nicht Cloud-registriert sind. CVI funktioniert auch mit Systemen, die älter sind. CVI funktioniert sogar mit Systemen von Fremdherstellern. Dann im Zweifelsfall halt nicht mit One Button to Push, sondern mit einer manuellen Einbahn. Zeige ich euch gleich. Okay, lange drüber gesprochen. WebRTC. Ein Monitor, keine Teilnehmeransicht. Alles gut. Wir springen einmal in den Panorama-Raum. Und ich zeige euch das Gleiche mit mehreren Teilnehmern. Schnitt nicht. Wird nicht besser. Wozu Videokonferenz, wenn man sich teleportieren kann? Egal. Ich wollte zeigen, in WebRTC geht immer nur ein Monitor. In CVI, das ist ein unschlagbarer Vorteil, könnt ihr mit mehreren Monitoren arbeiten. Cisco Videoräume oder insgesamt Videoräume arbeiten gerne mit mehreren Monitoren, um Gegenstelle, Inhalte, Eigenbild zu trennen. Was gäbe es Besseres, das mit mehreren Monitoren zu zeigen, als unsere Cisco Room Panorama? Okay. Ihr seht, auf meinem Laptop läuft immer noch unser Microsoft Teams Core. Wir waren vorhin bei dem Board 85 Zoll. Ich habe die Desk Pro noch mit dazu genommen. und wir nehmen jetzt den Panorama-Raum mit dazu. Vorhin haben wir gesehen, Räume werden normalerweise eingebunden mit One Button to Push. Aber bei CBI gibt es noch einen weiteren Weg. Und das ist die manuelle Einwahl, die ihr zum Beispiel braucht, wenn ihr ein älteres System mit einbinden wollt. Keine Room- oder Board-Serie, sondern eine SX80 oder eine MX700. Das machen wir hier. Das heißt, wir wählen uns manuell ein. Anruf, ich habe es in den Favoriten. scoll.m.webex.com ist unser Cloud-Gateway. Das heißt, unser CBI zwischen unserem Scoll-Microsoft-Teams-Tenant und unserer Cisco-Videostruktur wählen. Ihr alarmiert jetzt ganz normal das Cisco-Gateway und fragt mich dann nach der Microsoft-Teams-Meeting-Nummer, die ihr mit eurer Einladung generiert habt. Das heißt, so wie ihr sonst eine Webex-Nummer eingebt, gebt ihr jetzt entsprechend die Nummer aus der Microsoft-Teams-Besprechung ein. Und ihr stellt schon fest, mit der Vielzahl von Nummern ist das so eine Nummer, wo man sich direkt One Button to Push zurückwünscht. Aber okay. So, in meinem Microsoft-Teams-Client ist das System bereits mit dabei, wartet im Warteraum. Er war ja nicht mit eingeladen, er kommt nachträglich dazu und ich lasse ihn jetzt manuell mit rein. In Ordnung, zusätzlicher Teilnehmer. Ihr seht auf dem Laptop, alle drei Teilnehmer sind mit drin. Ihr seht gleichzeitig vorne auf dem Board, wir haben ebenfalls alle drei Teilnehmer mit drin. Das heißt, die spezifische CVI-Ansicht. Wir haben auf dem linken Monitor immer noch das Board 85. Wir haben rechts die Ansicht der verschiedenen Leute, die gerade nicht sprechen. Der aktive Sprecher würde dann rüberwandern auf den anderen Monitor. Und das Besondere natürlich bei der Desk Pro noch, dass ich auch den dritten Monitor nutzen könnte, indem ich dort meinen Bildschirm freigebe. Und jetzt in einer laufenden Webex-Konferenz, oder Entschuldigung, natürlich nicht in einer, in einer laufenden Webex-Konferenz geht es sowieso, aber in einer laufenden Microsoft-Teams-Konferenz. Zwei Monitore habe für eine Übersicht der Gegenstellen, ein Monitor für den aktiven Sprecher und den dritten Monitor für das Übertragen des Contents, weil auch das geht natürlich bei CVI, PC-Daten von der Cisco direkt zu senden, was bei WebRTC ja nicht funktioniert. Zahlen, Daten, Fakten. WebRTC funktioniert kostenfrei seit Anfang August. Room, Board, Desk Pro, Panorama, Cloud registriert, Hybrid-Kalender eingebunden in Exchange. CVI wird gehen oder geht, wenn ihr das später seht, ab Ende August 2020. CVI braucht eine Subscription, die kostet monatlich 49 Dollar. Eine Cloud-Registrierung für eure Endpunkte ist da bereits mit beinhaltet, wenn sie nicht bereits cloud-registriert sein sollten. Und denkt dran, CVI geht auch mit Endpunkten, die On-Premise stehen, also keine Cloud-Registrierung haben. Wer das sehen möchte, wer das ausprobieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Ihr findet unten in dem Video die Links dazu, ihr findet unsere Adresse, ihr findet unsere anderen YouTube-Videos und wie immer die Einladung in unseren Webex-Space. Nutzt das gerne, stellt uns Fragen, kommt vorbei. Ihr könnt hier sehr viel sehen. Neben der Webex-Panorama und CVI haben wir noch so ein paar andere Highlights, die vielleicht auch nur so, sagen wir mal, noch nicht ganz offiziell sind. Man sich hier aber vielleicht das ein oder andere Mal ansehen kann. Wir freuen uns immer. Insofern viel Spaß und bis bald. Wir freuen uns auf. Vielen Dank.